Aktiviert, jetzt kann man hier und kommen Klettern wir mal raus Den scheißen ist jetzt auch noch hacken Oh Nochmal von vorne Okay So jetzt nix wie weg hier So jetzt die Undockdinger Berlin, die Andock sind aktiviert Okay, gehen Sie jetzt nach oben oder nach unten Fahren Sie die Personalbrücke aus? Okay Dann müssen Da hoch und dann längs gehen Noch ein letztes Mal Ja, ja, ja Ja, ja Ist egal Ist egal, ey Jetzt scheiß drauf Ob die Gefahr nah ist Da wird es echt keine Lust mehr Ja 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 Das Alien lauert hier Scheiße Nix, sieh weg jetzt So, wir müssen jetzt Genau Geradeaus, dann vorne rechts Runter Oh Mann Dieses Alien Macht mich wahnsinnig Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt Die ist längst nicht mehr hier Was? Moment, ich glaube ich kann die Wartungsbühne benutzen Wenn ich einen Raumanzug finden kann Kann ich noch zu Ihnen kommen Seien Sie vorsichtig, Wimbling Da kommt jetzt irgendwo so ein Scheiß Das Alien kommt doch, oder? Okay, gehen wir wieder raus So, wir haben noch einen Flammenwerfer Ein Molotow Ein Zwei Vielleicht Ich will noch mal speichern Wir müssen jetzt so lang verharren Komm schon In der Zeit haben wir uns noch ein Medikit rein Und dann Molotow Komm schon Ich will speichern Die Gefahr ist nah, aber es ist egal Muss man nicht die Gefahr nah Oh Gott Warum ist das Alien jetzt wer da? Das nervt Das nervt USB-V Verschwinden Sie aus dem Ja Super Dann benutzen wir halt den Flammenwerfer So, wir müssen jetzt Nach links Ah Ne Cervita Alter Das Entkommen ist echt nicht so einfach Oh Gott Oh Gott ey Ich glaube wir sollten Lieber den Molotow nehmen So Und dann noch mal Warte mal Cocktail Dann noch eine Alter Alter Oh mein Gott Wie dumm das einfach nur ist Ja ich will Ich sprinte ja ganze Zeit Das ist ein Fehler Können wir jetzt nicht irgendwie nochmal einen Cocktail bauen Ne geht nicht Könnten höchstens Rohrbombe werfen Was Nochmal Das kann jetzt noch ein bisschen dauern Ich glaube ich darf auch nicht rennen oder so Das ist halt der Fehler Geräuschemacher Auch ab Okay dann laufen wir jetzt halt Wir haben noch einen Molotow Cocktail Mal gucken auch Vielleicht Finden wir hier noch eine Sprengkapsel Es wird Leider wird es kein Anderer Ich glaube das ist gescriptet Dass das Alien da jetzt auch wieder kommt Nein Ey wo was Ey Das vergesse ich erstmal So wir brauchen Auf jeden Fall Brauchen wir jetzt Ein Molotow Cocktail Oder die Rohrbombe Die kann man auch benutzen Okay Dann ist das Alien jetzt weg Ich weiß jetzt nicht Wie lange das Alien jetzt hier Da bleiben wird Deswegen nehmen wir noch einen Molotow Den Flammenwerfer nur zum Notfall Alter Das sind ja mehrere Das sind ja mehrere Da war nicht nur eins Da waren alle Ich dachte das ist nur ein Alien Oh mein Gott Okay das ändert einiges Verschwinde Okay also ist eh scheißegal Also kann ich rennen Nur muss ich halt Aufpassen Das sind zwei Aliens gewesen Was zum Teufel Nein Ich vergesse das jedes Mal So auf jeden Fall brauchen wir den Cocktail jetzt Ist schon mal klar Dann schmeißen wir jetzt hier hin So Dann verschwindet das Alien Dann können wir hier rausrennen Ne Dem Alien Hauen wir dann einen Molotow rein Es schwindet auch Fuck you Alter Okay Akte Wir müssen jetzt mal taktisch angehen Zwei Molotows Ne Eine Rohrbombe Wir nutzen halt die Rohrbombe Ich weiß nicht ob das gut ist So die Rohrbombe So Alien weg Wir können weiter Wenn wir nicht wegrennen Kommt das Alien auch nochmal So denke ich mal Ist die Rohrbombe jetzt besser Mit ihnen nehmen Okay ne ist nicht besser Die ist schlechter Okay Das müssen wir auf jeden Fall noch zu Ende machen Ich stelle mich auch gerade an wie so ein Schnitzel Blendgranate Rauch Ich weiß jetzt nicht ob Das Alien Angst hat vor einer Dingens Fackel Das sind mehrere Aliens jetzt Das sind einfach zu viele Flammen fahren wir nur noch elf Oh Oh mein Gott Sind wir richtig Ach ne Sind wir überhaupt nicht richtig Da drüben ist eine Das Alien ist noch da oder Drödel doch nicht so lange Mädchen Und dann Ich verstehe Muss ich mir Ich weiß nicht